für fortnight nix fortnight kreisverkehr nein doch moment ja ich habe meine aufnahme kino auf 11 900 die bildschirmsperien aber die aufnahme läuft und damit noch mal hallo und herzlich willkommen hier beim kreisverkehr zu gold und wir sind mitten im epic uber games modus deswegen stimmt unsere mitlehrer die signale die ist tot das nehmen für das blatt für so channel ist immer gut stefan ist raus und dafür haben wir jetzt einen high quality spieler eingewechselt rüber ist okay dadurch marschieren der team holster doktor atomstiel okay und early games langweilig deswegen sind wir uns noch mal kurzen cut wenn auf der lane was passiert oder wann auch immer eine minute 37 sekunden später das ist ja ich muss mir das nicht sehen und so war da nicht mehr draus glaube nicht glaube nicht jetzt der holt langsam aus hat er nun ist ja und die jahre ist alles da gehe ich mal moment der 6 der zulex pikniko das weine so gut wenn wir schon wieder so hart werfen so viel zu den besseren teams mit der mechanisch wahrscheinlich gut aber die werten heute wg sein oder kohle ich bin doch nicht nur die wissen macht da gar nichts dafür ein bisschen blocken aber dafür darfst du noch ein bisschen gut das bin ich auch vielleicht doch nichts das api guck mal ja muss nicht zwingen so oder ich habe kaum irgendwas ich hasse es wenn sie zum teilen kommen ja da muss er wirklich sofort ein insect machen 05 auf 66 wie kann man denn so wegwerfen ja ja gut der check steht da 2 1 mittlerweile aber das muss jetzt so ja das ist es oder ja gut ja 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 das ja dann ja 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 kann ja mal bitte um alle raus der war schön den habe ich gefühlt aber gut aber auch irgendwo persönlich ich habe kein flash ich habe kein flash ich habe den verkaufen versuchten versuchten verkauf genau da habe ich gesehen wie ich bin ich habe ich gehofft weil ich bin in der online rein um unsere zu schützen ich habe kein flash und dann flasht er aus kann sein dass er vielleicht wieder abgekommen ist aber ist ja noch mehr gut kommen ja ja doch wenn man mit einem kill insgesamt raus kann man zeit verloren und das kämpft wird passt doch jetzt bin ich mit dem kopf meinigermaßen wieder ihnen auch wenn es der stefan mit der da wir wieder sagen natürlichen kog mal der mit weniger als 30 cs aus der land raus geht der gewinnt die lane stefan ist ja nicht hier kommt ein insect so da kommt der ding holt renat holt irgendwann gehe ich halt jetzt da bin gedocht ja fast nur noch warum ist das schon wieder so ein klassisches überzahlspiel jedes mal junge 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 der fragezeichen ping fängt gleich an bei mir könnte was werden dies war und es bastelt aber nichts mehr ja die kriegt doch der andere es macht vielleicht vorne bis hinten nicht ja 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 in und wie ich die abgeladen ja ja das war schön und luchs gut ist gut warum die jetzt aber bounties junge ist gut sie sieht diese renate auf der kamille wir uns sechs ist da das kann doch nicht sein ernst sein also die so heftig wieder die drag pink hat das gibt es doch nicht wie wenig map awareness er hat den kock ich mach den kock doch nicht danke das war schön wollen wir jetzt den pizza warm angehen ja also ja ja die hat schon wieder ich würde es ja auch plant mit ihrer holte sie über die wand rüber gehe ich hasse alles vor allem diesen zwei ja komm ist ja da unten ich hasse alles darunter tp vor allem ja ich hasse alles schau mal unsere worte an wo die stehen ja 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 der nunu war auch bei 1200 hoch geworfen ich nicht bitte wird man schwierig ist gern hier und wir haben halt das hier in baron reinfalten immer eine gute idee auch nee als renate hinter den alt glaube lieber den nun fokus müssen als wir fahren ja eigentlich ist ich vor beziehungsweise also ich und du unterstehen sind wir vorne auf der autobahn mit höchstgeschwindigkeit richtung gold und bei uns im team nur geistet ich bin denn das format ist um nobody knows the trouble ich konnte so nicht untergehen jetzt oder und dann ja die auch nicht so hart ist der wurde es gar nicht zu und das das hat viele ressourcen kostet aber gut sie hat meine ult schon wieder warum fight wieder ja was ist live live ist live sei in erster linie oder auch na 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 ich kann mir auch ganz gut ich kriege auch keine und auf die durch macht das kann man sich nicht immer erst wenn du es ist na ja 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 dann wollte einfach nicht ja wenn sie sich keine mietwohnung leisten können müssen sich halten auskaufen ist level 18 wie stelle gegen deshalb neu ist halt dann geht dort solche leute wie den kurs und ständige macht mich halt es ist ein paar So, ich verlieg gerade noch einen Super Minions. Und das gibt es so. Schön. Ich habe wirklich, die warten wirklich auf meine Holze wollten, wenn man es so lange schaffen. Aber wenn es so ein Catch kommt, der checks ist der Tod. Junge, ich habe einen Lockert. Das werde ich auch benutzen. Ah, sorry. Ich wollte einen Block reinlaufen, aber... Was heißt der Next Throw? Du bist da reingegangen, Sven. Ja, was heißt der Checks? Ja, aber das heißt, ich habe ja schon angefangen, dass ihr da alleine... Ja. Ich kämpfe jetzt gegen den Mitleidner, let's move'n. Ach. Ja. Und damit eine weitere erfolgreiche Runde. Preisverkehr nach Gold. Ja, langsam kann man nicht mehr vom Kreisverkehr reden. Abfahrt Richtung Silber. Ja. Silber 3. Oh Gott. Schau mal, wo der aktuelle Stand ist. Wie der Benzinpresse ausschaut. Ah, 18 LP. Verloren? Ne. Verloren. Verloren? Verloren. Alli ziehen. Tja. Da kommen wir mal reporten. Ja. Ja. Aber halten wir es damit nicht lang auf. Aber dann wird ja der Spruch, den wir hier am Ende immer so ein bisschen treffender. Was sagen wir mir am Ende? Stefan, ich verabschiede uns immer mit unserem Catchphrase. Silber 4 und der Tag gehört dir. Ach, ihr habt eine Catchphrase? Ja. Ich sag Gold 3, schlag ein. Geil. Das ist auch gut. Damit, servus.